Jetzt ist mal wieder Zeit für was Brandneues. Da muss ich sagen, Mensch, das kommt ja wie gerufen. Wer mich kennt, weiß, ich bin nicht nur ein kleiner Tollpatsch. Ich bin super vergesslich. Was man nur so vergessen kann, das vergesse ich. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt hier unseren kleinen Problemlöser haben. Denn der findet alles, was Sie bzw. ich verloren habe. Stimmt's, Danny? Ja, und ich habe es direkt ausprobiert, weil ich bin genau so ein Schussel wie AK. Also mein Hausstand zu Hause weiß das. Ich bin immer so, wo ist mein Handy? Wo ist meine Tasche? Wo ist mein Portemonnaie? Die lachen sich immer alle tot. So bin ich eben. Ich mache drei Sachen auf einmal, habe was in der Hand, lege es ab. Das kennen Sie auch zu Hause, das kennen wir alle. Ja, wir haben hier ein Zweierset Schlüsselfinder. Aber das kann auch Ihr Portemonnaie-Finder sein. Weil schauen Sie mal, das ist ein Kreditkartenformat. Ein Zweierset hierfür. Und Sie haben dazu eine kostenlose App. Das habe ich ganz einfach mit meinem Handy auch verbunden. Das zeige ich Ihnen mal. Ganz einfach aufs Handy spielen. Und dann können Sie, ob es jetzt Ihre Aktentasche ist, die Handtasche, Ihr Portemonnaie, jegliche Gegenstände, die Sie gerne mal verlegen, einfach per Knopfdruck finden. Die kostenlose App heißt iTrack Easy. Also ich finde etwas einfach. Bitte entschuldigen Sie hier den Spider-Filter. Den habe ich selber verursacht. Da habe ich jetzt einfach mal diese Karte per Knopfdruck verbunden. Das ist hier das Knöpfchen. Dann verbinden die sich ganz einfach. Und wenn ich hier auf Klingelton, sagen wir mal, ich suche jetzt mein Portemonnaie. Und ich habe es da reingesteckt. So, dann legen wir das jetzt mal hier hin. Und dann drücke ich, wo ist mein Portemonnaie? Ich drücke einfach auf Klingelton. Und dann klingelt es. Wir haben eine richtig schöne Reichweite, 50 Meter. Das heißt, im ganzen Haus können Sie Ihre Sachen verteilen. Und Sie wissen endlich, wo die Sachen sich befinden. Genial, oder? Das ist wirklich genial. Das sehe ich jetzt zum Beispiel auch, wenn man eine Tasche hat. Und irgendwie, gerade wenn man es morgens eilig hat, will zur Arbeit. Wo ist jetzt meine Arbeitstasche, Aktentasche, Rucksack, egal was für die Kinder. Die Kinder kommen aus der Schule, schmeißen es in die Ecke und dann sieht man das nie wieder. Dann kann man immer so eine schöne Karte auch mal in der Tasche haben. Oder wie du gesagt hast, Portemonnaie. Das ist ja so der Klassiker, das Portemonnaie. Dass man da am Suchen ist. Man kann es ja für so viele Sachen verwenden und die Reichweite ist enorm. Ja, 50 Meter Reichweite. Und Sie haben auch eine GPS-Ortung. Jetzt nehmen wir mal an, da ist wieder mal so ein Diebstahl. Sie sitzen im Café und zack, der entwendet die Handtasche. Jetzt macht es sogar auch einen Alarm. Wenn sich die Verbindung trennt und die Reichweite wird zu groß, dann klingelt das. Und dann wissen Sie, es fehlt was. Und dann sehen Sie vielleicht noch den Dieb, können es direkt melden oder Sie können hinterher und immer dranbleiben. Also ganz wichtig, bietet Ihnen Sicherheit, aber auch für diese schusseligen Menschen wie A.K. Anne und ich. Wir sind halt ein bisschen vergesslich oder sagen wir mal, verstreut. Sie können mit dieser App hier, iTrack Easy heißt die, bis zu fünf dieser Karten steuern, also bedienen. Das ist sowieso ein Zweierset, was wir hier haben. Das heißt, Zweige, eine Handtasche oder eine Aktentasche oder Ihre Portemonnaies, die finden Sie jetzt immer damit. Also können Sie aber erweitern, wie Sie möchten. Könnte man ja zum Beispiel auch ins Brillen-Edwi legen. Es gibt ja auch so Menschen, die verlieren dann oder vergessen, wo sie ihre Brille hingelegt haben. Also da kann ich mir das auch gut vorstellen für Sachen eben, die man verlieren kann. Und wenn es einfach nur das Auto im Parkhaus ist. Guck mal, geortet. Ja, genial. Ja, hier sehen wir tatsächlich, wo wir uns befinden. Da ist die Firma und hier ist das Kärtchen. Wahnsinn, also richtig cool. Ich habe es jetzt hier mit dem Knöpfchen. Einfach einmal verbinden und zack, es ist ganz einfach. Das können Sie auch, egal wie schusselig und verstreut Sie sind. Dann wissen Sie immer, wo Ihre Gegenstände sich befinden. Ist ein tolles Format, hatte ich es persönlich noch nicht gesehen, so ein Kreditkartenformat. Einfach eins in die, ins Portemonnaie würde ich definitiv mal eins, in die Aktentasche. Vielleicht auch der Frau in die Handtasche stecken. Dann sparen Sie viel Zeit und Nerven. Also meine Mitbewohner lachen sich immer tot, wenn ich durchs Haus renne und meine Sachen suche. Jetzt weiß ich immer, wo sie sind. ZX 1914 und die 569 ist die Bestellnummer. Und das ist wirklich was Tolles, um eben Sachen wieder aufzuspüren. Ob es das Handy ist, das ja meistens lautlos ist. Und das im Zweier-Set. Genau, zwei Stück für diesen fantastischen Preis von 28,49 Euro. Das ist brandneuer bei uns im Katalog. Und ich möchte fast mal behaupten, das kann jeder gebrauchen. Also rufen Sie an und seien Sie schnell. Viel Spaß.